Wir sind hier in Baden-Württemberg. Mein Name ist Bernd Ruf. Wir produzieren hier die Socken für von Flörcke. Ich führe David durch die Produktion und zeige Ihnen sämtliche Schritte, die für einen ordentlichen Socken notwendig sind. Also das Wichtigste am Strumpf ist natürlich immer das Material. Unsere Baumwolle ist Ökotech Standard 100 zertifiziert und wird hier auch nur in Deutschland verarbeitet. Ich sorge dafür, dass die Maschinen zwölf Stunden am Tag laufen, von der Nähmaschine bis zur Strickmaschine. Nach dem Stricken der nächste Schritt ist das Formen. Hier werden die Socken auf eine Fußform gezogen und mit Nassdampf behandelt. Das fixiert sie und bringt sie auf ihre richtige Größe. Nach dem Formen werden die Socken gelegt, etikettiert, bandrolliert und anschließend in Kartonagen verpackt bis zum Abtransport. So entsteht bei uns hier die perfekte von Flörcke Socke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.